Ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu TechNews 18 2021. In der heutigen TechNews sprechen wir unter anderem über neue Amazon Echo Geräte, über Apple Music HiFi, über neue Yamaha AV Receiver und über ein Problem von LG OLED TVs mit Dolby Vision Gaming der Xbox Series X und Series S. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mich oder meinen Kanal unterstützen wollt und euch das Format TechNews gefällt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen kleinen oder großen Kommentar. Das hilft dem YouTube-Aerhythmus und somit auch meinem Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Amazon hat zwei neue Echo Show Geräte vorgestellt. Den Echo Show 8 und den Echo Show 5 der zweiten Generation. Der neue Show 8 bekommt einen Octa-Core Prozessor spendiert und einen Stereo Lautsprecher. Hinzu kommt, dass die 13 Megapixel Kamera nun auch eine Verfolgungsfunktion bietet, um bei Videoanrufen jeden im Bild zu behalten. Darüber hinaus bietet der neue Show 8 nun auch eine adaptive Farbanpassung. Der neue Show 5 bekommt als Neuerung nun eine 2 Megapixel Kamera spendiert. Die neuen Echo Show Geräte sind ab dem 9. Juni 2021 für 84,99€ bzw. 129,99€ erhältlich. Nvidia bringt Ende Mai 2021 angepasste Versionen der GeForce RTX 3080, 3070 und 3060 Ti Grafikkarten auf den Markt, welche eine deutlich reduzierte Hashrate aufweisen werden, um die Karten unattraktiver für Miner zu machen. Damit soll die Verfügbarkeit der Karten verbessert werden. Mit der GeForce RTX 3060 hat Nvidia dies bereits vorgemacht. Die neuen Karten werden mit dem Kürzel LHR auf den Markt kommen. Es gibt erste Informationen zu Yamahas AV Receiver Lineup für das Jahr 2021. Die Rede ist von dem RX-A8A, dem RX-A6A und dem RX-A4A. Die AV Receiver sollen mit 7 HDMI 2.1 Ports daherkommen, welche eine Bandbreite von 40 Gigabit pro Sekunde bieten sollen. Damit sollen sie den vollen Support für 4K mit 120Hz oder 8K 60Hz liefern. Darüber hinaus unterstützen die Geräte HDR10, HDR10+, Dolby Vision und HLG, aber auch VRR, QMS, QFT sowie den O2 Low Latency Modus und EARC. Yamaha gab bekannt, dass die volle Funktionalität von HDMI 2.1 aber erst mit einem Firmware-Update ausgeliefert wird. Die großen Modelle in Form des RX-A8A und dem RX-A6A bekommen endlich eine Unterstützung für die Auro-3D-Audio-Formate und bieten somit nun auch den Aromatic-Abmixer. Dolby Atmos und DTS-X sind natürlich auch mit an Bord. Wer sich für die technischen Daten interessiert, welche wirklich nicht ohne sind, dem habe ich die Quelle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die neuen AV Receiver sollen wir bis Ende Juni 2021 auf den Markt kommen. Microsoft hat für die Insider-Tester der Xbox Series X und Series S die Dolby Vision Gaming-Funktion ausgerollt. Dem einhergehend hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Meldungen aufkamen, dass die LG OLED-Fernseher C9, CX und C1 ein Problem damit haben. Aktuell können die Xbox Series Konsolen ein 4K 120Hz-Signal mit Dolby Vision nicht an die LG OLEDs weitergeben. Die Konsolen melden, dass die Fernseher dies wohl nicht unterstützen. Microsoft als auch LG haben sich diesbezüglich schon gemeldet und haben ein Software-Update in Aussicht gestellt, welches das Problem aus dem Weg räumen soll. Ich persönlich bin schon sehr gespannt auf Dolby Vision Gaming, sobald es für die breite Masse verfügbar ist, werde ich ein entsprechendes Testvideo hier auf meinem Kanal veröffentlichen. Apple hat nun die Katze aus dem Sack gelassen und das neue Apple Music Hi-Fi vorgestellt, welches ab Juni 2021 an den Start gehen wird. Apple Music Hi-Fi soll dann Lossless Audio und Dolby Atmos für den Streaming-Dienst liefern. Wobei Lossless Audio sich auf 24 Bit mit 48 Kilohertz beschränken wird, was aber auf jeden Fall eine ordentliche Steigerung darstellt und das Beste daran, es wird ohne Aufpreis veröffentlicht. Sprich, Apple Music Hi-Fi wird kostenlos für alle Music-Abonnenten verfügbar sein. Aufgrund dieser Entscheidung hat Amazon zurückgerudert und deren Amazon Music HD nun auch als kostenlose Option zum Music-Abo hinzugefügt. Ja, und damit war dies die Tech-News für diese Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Falls ja, so lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn so verpasst ihr keine weitere Tech-News-Ausgabe mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!